ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft ja so wir sind wieder zurück ja ich habe hier schon mal so ein bisschen was gemacht habe auch letztens marco und vor allem judith so ein bisschen was gezeigt hier minecraft und ja deswegen ist hier ganz ruhig deswegen ist ja auch alles so ein bisschen offen ja gut was machen war also ganz ehrlich ich glaube wir gehen hier in dieser minecraft runde oder allgemein in diesen let's play jetzt so ein bisschen partner würde ich sagen weil das sind hier immer noch mehr oder weniger notfall folgen manchmal dass sie können wir noch nicht mehr okay schade ich dachte hier wär mehr so richtig versunken das haus das ist gut das gefällt mir sehr ja paddeln spielen ich bin am überlegen wir haben ja ein ganzes steinschwert weil ich da hinten da dieses gebäude sehe die haben da bestimmt tolle sachen kann ich nicht nehmen komm her so ich will dich ja dann nicht so ja dass ich hier vielleicht mal so ein bisschen obwohl warte mal ich sollte ich werde schon wieder müde was ist denn los ich sollte mir vielleicht so einen schutzschild machen wir würden das noch mal gemacht das ist ja eigentlich nur holz ich kann ja hier mal kann ich mal gucken schild schild da hier das ist eine werkbank ja ist klar aber was brauche ich für das schild eine werkbank haben wir ja da ist ja ist ja eigentlich tagsüber kann ich ja hier mal kurz machen so so was brauchen wir dafür ein eisenbarren ok holz haben wir eisen ein eisenbarren haben wir eisenärz haben wir auch nicht okay dann pass auf dann geben wir mal ein bisschen rum und gucken ob wir hier irgendwie eine höhle oder so finden oder eisen das wäre eigentlich ganz reizend aber gut dann lassen wir das ja dann gucken wir mal hier ganz schnell das war irgendwie eine höhle oder so finden ein bisschen ein bisschen ein umgestürzter baum oder so na na aber hallo na aber hallo so viel glück muss man haben wie viel glück haben wir bitte gerade das ist ja eigentlich wie dafür gemacht dass wir die jetzt ausrotten da hinten ich habe zu viel müll bei warte mal was können wir dann wegschmeißen habe ich hunger ich könnte ach hier kommen knochen brauchen wir jetzt nicht kann weg so was natürlich cool wäre also hier ist ja ein streiter guck mal wie viel heißen wir hier wie schön das ist gut das ist sehr sehr gut genau dann gucken wir gleich mal drüben nach was die da so alles schönes haben nachdem wir die ausgerottet haben schöne kohle aber sehr gut ja mit steinschwert wir sind ja auch mutig ne heute ja ganz ehrlich man wird das hier mit 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 steinschwert schaffen nie zu erledigen einfach so und dann gleich beim ersten anlauf und vielleicht auch mit nicht jetzt wirklich viel schaden und so dann können wir schon echt ein bisschen stolz sein ne oh es wird spät wir sollten jetzt wir sollten uns verkriechen darüber am besten das ist eigentlich gar nicht so schlecht hier der spot ist ja schon okay so gehen wir hier wieder in anführungszeichen nach hause mal hier wieder alle zu ja ihr könnt mich alle mal tschau so und dann eine Hexe war ja ist klar gut dann gucken wir mal ganz kurz wir müssen vor allem brennen alter wir müssen wir müssen richtig machen und so hier richtig machen ja alles denn los heute mit mir wir machen es jetzt richtig so so kohlewein und erstmal hier eisen schmelzen gut danach machen wir uns hier ein bisschen zu essen kartoffeln haben wir auf lager auf jeden fall brot haben wir auch das ist sehr gut kommt das innen können wir schon mal nehmen dann können wir uns schon mal hier nämlich da zurecht basteln das schild da zack schön dass das jetzt mittlerweile so einfach geht ne ähm ist das hier ja doch da okay ist gut so lassen wir überlegen okay das können wir machen warte mal vergoldete Apfel wie ist denn der eigentlich nochmal mal das wird hier schon mal drauf nehmen ne zilder uh okay wir brauchen ein bisschen mehr gold als jetzt nur zwei klümpchen alles klar ähm ich glaube mit lacht da nicht draußen ich komm da gleich mal rüber ähm ich glaube mit einem vergoldeten Apfel ich glaube marco hat letztens gesagt kann man ja die äh die Dorfbewohner diese Zombies kann man dir wieder zurück verwandeln ne warte mal rüber wenn wir hier sind ja deck mich doch halt da ein wechsel ein wechsel mutig schlag dich zusammen au au guck mal so und hier hält ja nicht allzu lange an ne oder komm schon alter hallo hör auf jetzt ich habe keine Milch oder so bei auch ist er jetzt nicht wahr oh Gott sei Dank nein komm jetzt hat es aufhören alter halbes herz hatte ich nur noch verdammt okay das geht so nicht ähm wir sollten auf jeden Fall schauen dass wir äh an Milch kommen also können wir uns auch eigentlich gleich einen Eimer mit craften ähm hm 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 wo ist denn jetzt hä hat er auf zu lachen da draußen komm da gleich mal rüber ne so ne ne so ne ähm warte mal wir waren nochmal einmal der war doch so ähnlich ne ah ok einer reicht gut ähm vielleicht sollten wir uns denn auch gleich ein Eisenschwert machen ne das ist glaube ich gar keine schlechte Idee so statt das Ding hier schmeißen wir erstmal beiseite könnten aber warte mal wir könnten ja theoretisch theoretisch ähm eine Kiste machen meine ist hier vielleicht ein bisschen unnütz gerade kann ich ihn kurz wegschmeißen ja die Blume kann ich mal kurz wegschmeißen ähm ist nur damit uns die Sachen halt nicht verloren gehen ne da da Blume hopp kann ich da nicht hinstellen weil er die Blume die so ja ruhe da draußen nervt mich nicht so 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 obwohl die Bienenfalde kann ich halten da kann ich auch gleich nochmal gucken erstmal hier zack so ähm da die Lederhose brauche ich nicht doppelt ich hab letztens gesehen ich hab die einfach nur doppelt ähm gesammelt obwohl ich die nehmen mal mit Spitzhacke das Steinschwert lassen wir mal hier einmal behalten wir mal kurz ähm das kommt hier rein das weiße Wolle brauche ich jetzt auch grad nicht das kommt hier zum Essen so das können wir da hin machen das Fleischraumrotter ähm ne das ist ähm so hm wo da draußen ähm ähm sag mal so langsam müsste es doch wieder dämmern oder? das ist nicht mal gut mit der Nacht hier? stimmt ok ähm ich sollte das alles hier an richtiger Stelle haben so ähm gibt's noch was was wir hier lassen können ja das können wir eigentlich hier lassen richtig cool auch soweit oh oh da draußen wir gehen die ja nur quasi platt machen kurz ähm was war die ganze ah ja Bogen warte gucken was brauche ich da für Audit? hab ich ja alle da oder? guck mal hab ich ja alle da Bogen zack so wunderschönen Bogen kann ähm dann kann der alte Bogen hier mit rein so Pfeile also Federn beugt da ne so ich hab die Umschalttaste aktiviert ne sowas ähm Pfeile ganz normalen ganz normalen ok Feuerstein und so Federn hm ok nein ist dann noch nicht soweit gut oh kann die mal bitte abbauen? die nervt die alter ich brauche auf jeden Fall Milch ich kann nicht schlafen nichts gar nichts durch die Kuh sei ruhig da draußen recht versuchen es ist Tag ne au dieses Miststück ey ich hab keine Milch ne die kann sich hochheelen wie sie will wie sie lustig ist weil sie Getränke hat komm heile dich heile dich Birken bitte lass nach bitte lass nach nein bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht Gott ok pass auf ähm wir machen es anders ich hab grad ne Idee ach sei ruhig da draußen komm da gleich mal rüber wir müssen uns hier kurz mal raushacken hier war ein Glas drin oh ok cool ähm wir müssen mal ganz kurz ne Kuh melken habt ihr das gehört? die blöde Kuh alter wir brauchen definitiv ne Kuh die hat sich die hat sich jetzt aber nur unsichtbar gemacht ne? die Hexe die ist bestimmt noch da alter alter wenn die gleich um die Ecke kommt und uns anbrüht alter alter besser wollen wir hier die Crimson's ein bisschen kaputt machen und das erledigt schon die Hexe hier an der scheitern wir schon was ist denn da los? hallo hallo ich brauche eine Kuh ich kann auch ruhig blöd sein ist egal hauptsache Milch Milch gib mir Milch eine Hexe ist hier im Dorf haut ab alle ne ich dachte da wäre sie gewesen haben wir denn keine da hinten ist ne Kuh ich drück immer wieder shift aber ja aber ja bleib stehen danke 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 so ok ansonsten komm wir gehen einfach mal hin wir haben zwar nicht geschlafen scheiß egal mach die kaputt mal gucken wahrscheinlich werden wir jetzt gleich sterben da stehen sie schon einer überwacht das hier ok lass mal lass mal so ein bisschen drum herum gehen mal gucken was uns da alles so erwartet wie viele Leute das sind ungefähr da ist einer oben ich weiß nicht ist er ist er grad runter hier 1 2 3 sehe ich jetzt 4 da oben ist einer ok ok also mindestens 4 haben wir schon mal au das ist natürlich sehr gut wenn wir uns vorher schon mal verletzen bevor wir in den kampf ziehen können wir die nicht von hinten irgendwie morcheln oder so muss doch möglich sein hat er uns nicht gesehen wir stehen im gebisch du kannst uns nicht sehen ich werde die haben tolle sachen die das leben schöner machen das ist nicht so gut sollte aufpassen sind jetzt hier alle drin hallo ich probiere mal was hallo 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 verdammt die kommen von unten wieder raus warte 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 versuch ich passen das ich wollte grad sagen muss ach das gibt's doch nicht wieso bist du denn hier so alles klar leckt mich fett boah alter ich hab jetzt schon wieder keinen bock ja hier komm mach weg den kack hinter mir ist offen ja den ausgang hier